Dann, würde ich sagen, machen wir dich doch auch. Ich habe nebenher ein anderes Lied schnell mal aufgetrieben. Bevor wir uns hier um den... Ich bin gelähmt. Okay, was passiert hier? Kiste. Bleib weg, bleib weg, bleib weg. So, du machst die kaputt und dann... Hä? Hä? Ganz ehrlich mal, wie soll man dich besiegen? Okay, du springst einmal, zweimal, beim dritten Mal feuerst du den. Das ist nicht schwer, dann springst du hoch und ich muss mitspringen. Da kann ich dich treffen. Dann kommt hier der Böseblock hoch und da kriege ich einen Treffer. Da kriege ich nochmal einen Treffer. Dann kommen diese Dinger, von denen ich... Okay, da muss ich auch drüber sch... Boah, dieser Boss ist schwer, das... Ich habe ein paar Videos vom ersten Mega Man gesehen und... Zumindest was die... Oh, er ist kaputt. Hey. Das lief... Ganz gut. Ja, also ich habe ein paar Videos vom ersten Mega Man gesehen. Welche Überraschung, die von Funks. Und da sah das Ganze bedeutend einfacher aus. Okay, was ist hier? Okay, uns wird also erklärt, was unser Item kann. Und der... Ich nenne ihn jetzt mal Müllschild. Ja, ich werde die alle ins Deutsche ziehen. Der Müllschild... ... beschützt uns also. Ja, das ist doch schon mal was Schönes. Yay. So, das Passwort, das brauchen wir nicht. Und... Wir nehmen wir jetzt. Wir nehmen... Oh, wir gehen gleich weiter. Wir nehmen dich. Da ist... Dustman? Okay, das klingt nach Feuer oder sowas. Ähm... Ja, da kann ich mir jetzt irgendwie... ... gar nichts unter vorstellen. Das sieht nach einem Labor aus. Klar, mit den Reagenzgläsern dann. Zwei. Eins. Oh mein Gott! Okay. Drei. Zwei. Eins. Hopp. Drei. Zwei. Eins. Okay, und hier stehen die Zeile weit mehr. Äh. Okay, so fliegen die also auch in die Müllung. Ui. Ah. Komm ich da irgendwie dran? Nein. Ne. Ne, so weit kann ich nicht springen. Wir gehen den Weg hier. Der sieht irgendwie schwer aus. Und ich glaube kaum, dass man sowas grundlos machen wird. Hm? Okay, doch, man macht es also scheinbar grundlosend. Auch wenn ich nicht weiß, was die Dinger bringen. Ich sammle sie einfach mal ein. Höh. Okay. Rote Kugeln explodieren. Schon mal gut zu wissen. Das ist ein extra Leben. Also, so viel weiß ich vor dem Spiel. Kommen wir da hoch? Wir kommen da hoch. Zurück zum normalen Angriff. Und darunter. So, was ist... Oh. 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 Nein. Nein. Ich komme da. Verdammt. Kann der hoch springen unter Wasser. Oh. Das sind Stacheln und... Das ist noch was, was ich weiß. Stachel töten. Direkt. Also. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt unbedingt reinspringen wollen. Na komm. Ah, ich... Ach so. Jetzt schon. Ganz ehrlich. Oh. Oh, war das knapp. Oh, war das knapp. So, was kommt hier? Äh, was bist du auch... Du warst aber nicht der Boss, den wir da gerade... Öh, ge, 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 ge... Was? Blasen. Okay, viele. Au, 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 wo... Der wird roll... Öh? Öh? Okay. Hey, gewonnen! Ja, tut mir leid, da musste ich eben schnell wieder das Lied wechseln. Nehme ich den weiter... ja, ich nehm den weiter auf, okay. Ahhhh... Autsch... Hm, was ist hier? Okay... Wie soll ich den denn jetzt machen? Wie soll ich... Okay, das Wasser kommt wieder hoch und... Oh, da dachte ich, ich flieg etwas weiter runter, okay. Ich hab's so ausgefühlt, den werden wir öfter brauchen hier, unseren kleinen Hund. Hä? 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 Okay, hier taucht einer auf, da taucht einer auf und... Hä? Okay... Diese Blöcke... Oh... Lauf... Lauf... Hä? Das geht doch nicht! Das geht nicht! Ich bleib hier stehen. Ah, okay. Hä? 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 Äh, was haben wir hier noch? Wir haben... mehr von diesen... Viechern. Wir haben Stacheln und Fische und... Ich will keine Stacheln, denn... Stacheln, was ist das? Was ist das? Wir lernen das Alphabet mit Mega Man. Okay, und wofür steht dann das R? Lücken wir das auch hier irgendwo? Okay, da steht das R. Was heißt das jetzt? Was ist das da? Wo machen wir den denn her? Okay, ich... Frag mal nicht weiter nach, das Ganze hat bestimmt alles seine Gründe und ich wollte... Nein, 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 bleib weg. So. Dich will ich aber haben, ich weiß, du bist lebt. Juna, komm her. Jetzt sind da oben auch Stacheln. Okay. Also jetzt wird das Spiel gemein. Hilfe, 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 Hilfe. Okay. Wahrscheinlich könnte ich den Hund auch irgendwie da in die Stacheln rufen und dann ganz gezielt drauf springen, um etwas Zeit zu sparen, aber so gut bin ich auf keinen Fall. So. Der nächste Boss nehme ich an. Okay, was bist du? Was bist du denn? Ähm, feuern. Okay, der verliert... Äh? Diese Blasen... Ja, ich will sie da! Kann ich nicht treffen. Das ist schon mal sehr toll. Und ich glaube, ich möchte auch nicht, dass die mich treffen. So, während dem Teil... Nö, nö, nö! Hä? Der ist nämlich doch nicht echt da oben in die... Oder? Doch, das geht echt hoch da in die Stacheln. Oh mein Gott. Der ist gemein. Der ist echt gemein. Geh weg. Ganz ehrlich. Verschwinde. Bleib da hinten. Nein. Äh. Okay, Sprung. 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 Du bist auf jeden Fall einfacher als der erste da. Hier, wie heißt da? Ähm. Müllmann. Auch wenn du irgendwie... mehr aushältst, kann das sein? So, einer noch, einer noch, einer noch, einer noch, einer noch, einer noch, und, und, und. Gewonnen. Äh. Damit haben wir ihn auch erledigt. Ein bisschen Vorspulen, das will doch keiner sehen. Und? Oh, was kann die Waffe? Die... Irgendwas feuert Bomben in Blasen. Okay, das klingt auch schon mal ganz cool. Ähm. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt bedeuten sollte und wie ich das zu verstehen habe. Ähm. Passwort. Kann ich gerade irgendwie mal... Danke. So. Hier machen wir jetzt Pause. Und ich bin gleich zurück.